Herzlich willkommen auf Bike Vanlife aus den schönen Münsingen. Schöne Alp. Ich habe Vitali heute hier, Schweißexperte, weil heute geht es um ein Schweißgerät. Hier haben wir einen Schweißerhelm. Das MiG 120 von McPoff. McPoff? 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 Ah nein, warte mal. McPoff. McPoff, ja genau. McPoff. Um die 120 Euro, der Helmbike um die 30 Euro. Und jetzt fragen wir uns, kann man mit so einem Teil schweißen? Das werden wir jetzt heute sehen. Ja, wir gucken erstmal rein, würde ich sagen. Ich bin auch gespannt. Mach mal auf. Ja, da ist Beipack. Du hast hier Stahl, Draht, halbe Kilo. 0,8 Millimeter. Standard. Full Draht. Steht drauf. Full Draht. Ja, das musst du mit Schutzgas schweißen. Ja, das muss man quasi Gas dazu, quasi Mischgas dazu nehmen, weil sonst wird das quasi oxidieren. Okay. Und ja. Aber wir haben jetzt keine Gasflasche hier drin, denke ich mal. Nein, leider keine Gasflasche. Also wir probieren mit dem, was hier drin ist, ob wir es schweißen können. Ja, genau. Ja. Okay. Den kann man nicht nutzen. Packen wir wieder rein. Ja, geh mal her. Da muss man erstmal Gasflasche kaufen. Jetzt haben wir hier Massekabel. Da können wir was mit anfangen. Ja, ohne den geht es nicht. Perfekt. Elektrodenhalter. Ja. Da können wir auch was mit anfangen. Jetzt fehlt noch eine Elektrode und dann könnte man schon loslegen. Eigentlich, ne? Ja, guck. Ah, da, da haben wir es. Eine Elektrode. Hey. Oh, gut verkackt. Ja. So. Sieht die noch gut aus. Verrostet. Okay. Ist nicht mehr die schönste. Nein, nicht wirklich gebogen. Verrostet, aber... Ja, okay. Aber wir probieren es. Wir probieren. Wir probieren. Okay. So, dann haben wir das Netzkabel. Recht kurz. Wir haben uns schon mal ein Kabel da hingelegt. Und hoffen, dass das bis hier reicht. So, was haben wir jetzt noch? Das ist quasi ein Schlauchpaket mit Steuerung. Ja. Wir haben da für die Elektrode schon was hier. Was können wir jetzt damit machen? Das ist... Da muss man Gasflasche kaufen. Quasi Mischgas. Ja. Und da muss man dann quasi... Wo ist? Wo ist? Da. Da. Der Draht quasi nutzen dazu. Ja. Ist da dazu. Mit... 0,8 Millimeter sollte... Ja, Düse 0,8 Millimeter. Da sind Düse da. Ja. Ja. Die... Die... Stromkontakt Düse heißt die... Ja. Die... Teil. Ja. Und das wird auf der anderen Seite ins Schweizer Gerät gesteckt. Ja. Keine Ahnung. Und das sind... Ist so... Das ist für die... Für den Schalter. Ja genau. Das ist quasi für die Steuerung für den Knopf. Ein... Ein... Ausschalten. Okay. Okay. Hat man so... Bürste. Warte... Lass... Lass... Also... Da die... Ein bisschen Rost wegzubürsten. Okay. Guck mal. Aber es funktioniert. Funktioniert. Rost kann man wegbürsten. In der Lehre weiß ich noch. Da gibt's ja auch Drahtbürsten. Und wenn die dann so aussah, dann hat der Meister mit dir um die Ohren gehauen. Was soll das denn? Das geilste ist... Das hier ist für die Schlacke quasi. Wenn du schweißen tust mit Elektrode, da kommt Schlacke obendrauf. Ja. Ja. Auf den Schweizer. Das ist ein Hammer. Und das ist Hämerli. Da kannst du quasi die Schlacke abschlagen. Ja. Aber es scheint ja zu funktionieren. Jetzt gehen wir das Elektrode vorsichtig und wir haben nur die eine. Das ist für den Schirm. Echt? Ja. Da wird ein Schirm noch drin sein. Ja. Kannst du Origami machen? Origami Schirm. Ja. Also... Ich sag mal, für den Zuschauer ist das Ding okay, ne? Der dann so... Da fällt was. Ja, ich weiß. Das wird da noch drin sein. Aber ich sag mal, für den Zuschauer ist das okay. Aber nicht, wenn du selber schweißen tust, ne? Erstmal, wenn du schweißen tust, brauchst du zwei Hände. Ja. Keine Ahnung. In der Lehre hatten wir noch nicht so schöne Schirme wie jetzt. Früher hat man... Ich weiß schon... Früher musste ich noch so schweißen. Vor 30 Jahren weiß ich noch, da hatten wir auch so Gläser, die... Dabei zwei Düsen. Ah ja. Verschiedene Größen? Nein. Ersatzdüsen. Ersatzdüsen. 0,8 Millimeter. Genau für den Draht. Mhm. Ja, da guck mal, guck mal rein später. Aber erst mal, erst mal das hier. Da muss man auch... Achst du, das ist das Glas? Das ist das Glas, ja. Das Glas. Das lassen wir mal drinnen. Ja. Nein, du steckst rein, weil du willst auch gucken, oder? Ich will auch gucken. Keine Ahnung, willst du? Ja. Hahaha. Okay, aber da muss noch einmal geschraubt werden, hier. Ah. Oder? Nein, das ist geschoben. Jetzt. Okay, ich guck mal, ob du es zusammenkriegst. Okay. Ähm, ja. Die, die... Das ist quasi Ersatzstromkontakt, Düsen. Ja. Zwei Stück dabei. Eine schon in den Schlauchpaket. Da muss man aufpassen, das ist scharf. Das ist... Ja. Das ist scharf. Schneide ich nicht. Und das wird dann einfach eingelegt. Oh ja. Also es ist sehr dunkel, scheint zu funktionieren. So, dann hol mal raus das Gerät, das eigentliche Gerät. Kompakt auf jeden Fall. Gut verpackt. Gut verpackt. Guck mal. Es ist quasi Elektroden. Kann man mit Elektroden schweißen. Und kann man quasi MAC und WIC. Ja. Quasi. Aber für WIC ist kein Schlauchpaket dabei. Genau. Da muss man das Schlauchpaket extra bestellen. Muss man extra Paket bestellen. Ja. Was ist MAC und WIC? Es ist Metallaktivgas schweißen. Ja. Ist quasi unter Schutzgas, Mischgas, Argon und CO2. 82, 18. Ja. Das ist normale Standard. Normale Mischung. Normale Mischung. Für Stahl. Für Stahl. Da kann man Stahl schweißen damit. Ja. 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 Je nachdem, was für für Ligerung ist. Kann man auch quasi die CO2, CO2 Gehalt quasi erhöhen. Und so weiter. Aber da muss man nicht nicht da da da. Dazu muss man nicht nicht viel sagen. Das muss man auch nicht wissen. nicht nur nicht nur nicht nicht unbedingt andere weg ist quasi wolfram wolfram inert gas schweißen da nimmt reines argon ja ist am besten 4.6 argon dazu ja damit kannst du schweißen alles stahl chrom nickel kann aluminium schweißen aber aluminium für aluminium schweißen musst du quasi gerät haben der wechselstrom fertig okay und das ist der das gerät nicht wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben das hier nein 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 da damit kannst du quasi chrom nickel schweißen und stahl aber gut ja aber da muss quasi extra schlauchpaket kaufen wir haben versucht nicht versucht geguckt schlauchpaket ist sieht ähnlich wie bei lorch aber quasi der steuerung ist anderes ja ja das hier das ist quasi steuerung das ist knopf ja also nur mal so das wird jetzt auf dieser seite eingesteckt genau und dass das genau und dann rein warte mal da so genau aufgeschraubt ja und dann würde ich so sagen dass hier muss man rein stecken so und so fixiert auch das ist okay das ist von beiden seiten kommt dann von der seite rein draht ist hier das ist für die rolle aufgesteckt ja genau wird die rolle aufgesteckt da sind katuschen da muss man einstellen der draht kommt hier rein ja ja da sind quasi die 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 rolle transport rollen genau ja für die rolle heißen die ja ja und quasi wenn wenn du hier ja und dann musst du drück einstellen das das musst du dann am ende so einstellen dass du mit drei finger ja den stoppen kann den draht stoppen kannst ja sonst wird es nicht funktionieren sonst hast du quasi vorlauf zu stark ja zu dem was was hier an spannung kommt und der strom wird dann hier auch übertragen der geht dann ja genau strom kommt quasi hier über die kabel da da man sitzt über den kabel hier denn das hier das ist quasi der strom und recht recht von 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 dem gerät ist abgeschirmt ja ist zu ist ja heutzutage in werter technik deswegen ist es ja auch so leicht ja ist auf jeden fall drei kilo warte mal ich bin mal abnehmen weil wir wollen ja mit elektrode jetzt schweißen ja aber muss man dazu rechnen drei kilo wiegt der gerät ja und so um die zehn kilo die kleinste flasche so genau 55 kilo das ja das muss man auf jeden fall schleppen mindestens ja aber so ok kein gasanschluss das heißt das heißt dass du nur mit full draht schweißen kannst das heißt das ist so draht sieht aus wie ein röhrchen ja da drin ist quasi das gas das ist so ähnlich wie dass das hier ummantelung an den elektrode ja du hast quasi endlos elektrode hier drin ok und nun damit kannst du schweißen das heißt du hast ja kein gasanschluss und was ist das hier für ein draht denn ist das ein fülltrad ich sehe keine bezeichnung ok wir machen es mal auf würde mich jetzt mal interessieren nein standard ams fünf amper 5,2 amper das macht ja dann irgendwie keinen sinn wirklich nicht einzige das hier kann ich kann ich eventuell als als bezeichnung da sehen aber nein da ist keine bezeichnung wirklich ist ist wirklich full draht wenn man da echt ja voll draht ok da ist innen drin quasi pulver als umantelung wenn man schweißt dann hat man quasi die schlage auch mit dem draht hat man die schlage ok ja und die schlage schützt von dem korrosion quasi von dem sauerstoff quasi den schweißen hat bis bevor der abkühlt dass das schützt quasi die diese schlage ok ja ja das heißt wir können die rolle einbauen ja denn dann lassen wir das jetzt hier mit so dann gucken wir mal das eingelegt wird so ok jetzt noch mal so andere an raster muss man runter drücken und dann drehen auf geht's so immer die draht rolle so einbauen das ist leichter leichter geht quasi draht draht muss von unten kommen noch mal quasi die draht rolle aber da hier ist aufgeführt wie man die draht quasi rein steckt ja und wie ich schon gesagt habe quasi hallo muss man draht rolle so stecken dass der draht von von unten kommt ja ich habe jetzt die die zangen da dazu da macht man die spitze weg ist besser so so am besten nicht nicht aufmachen bevor man da nicht anfängt rein zu fädeln sonst ist das ja und was ich noch zu den fuldrähten sagen wollte es ist so dass quasi die fuldrähte sind verschieden gepolt je nachdem was für fühlung da drin ist ja es gibt pluspol drähte und minuspol drähte jetzt ja genau bei kauf muss man beachten das heißt dieses gerät ist standard in winter in werter quasi da ist pluspol ist der draht ja und da muss man den fuldraht plus polig kaufen das ist unbedingt beachten beachten muss man weil sonst wird es kein schweißnaht klappen weil das das wird quasi purios und so da werden pilze wachsen und so geht schon los jetzt geht es los ja habt ihr gesehen jetzt das ist gleich springt wenn man nicht hält springt gleich in die fresse jetzt hast du den beweis erbracht ja genau 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 da habe ich jetzt ich halte mal fest den so jetzt tun wir das rein hier fädeln muss man aufmachen ja da geht es auf hier so da kommt der draht jetzt muss man den anfiedeln hier da rein perfekt da da ist da sieht man gesehen ja das ist führung seine die muss man immer wieder austauschen okay ja mit dem zeit quasi nutzt sich das ab auch diese kürzere stück es ist so dass man das in den schlauchpaket austauschen muss und denn das hier auch ja und dadurch wird quasi der draht locker geführt und durch abnutzung kriegt man spiel spiel und kriegt man keinen stromkontakt ja und dadurch quasi wenn man schweißen anfängt und wackelt wie schuss quasi wo der strom da ist man fängt an zu schweißen und dann wenn wenn quasi kein kontakt ist dann flirte auch ja und kann man nicht richtig schweißen das wird dann quasi den hand weg stoßen durch den draht vorkommen und ja durch den vorschub ja jetzt machen wir das fixieren wieder so der draht ist drauf so jetzt tun wir das hier da abschneiden noch mal abschneiden noch mal abschneiden jetzt muss man denn das hier wir drehen das morgen ja den schlauchpaket ja weil sich gut man rein richtig rein und andere drehen so an den steuerung so das war es ungefähr ja jetzt muss man nicht 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 war muss man noch einstellen quasi das hier ist druck ja bei fördern von den da sind quasi stahl stahl kommt auf stahl da sind zwei rollen die pressen sich zusammen die pressen den draht zusammen und dann eine rolle fördert nach vorne ja wenn es nicht genügend drück ist dann kommt der draht nicht mit richtigen geschwindigkeit zu dem was eingestellt ist weil die inverter sind mit innerer regelung das heißt ihr tut quasi hier stromstärke einstellen ja und draht vorschub wird sich automatisch anpassen ja das ist wichtige sache ja und daher sage ich immer quasi wenn man ja mit stecken ja stecken ein ok warte mal wofür ist der andere guck mal das ist das ist verlängert das ist verlängert das ist verlängert das ist ja andere norm und dann genau das ist da zwei zwei verschiedene normen ja das ist amerikanische und quasi auf europäisch genau ja quasi der verlängerung ja ich habe gedacht dass sie so kurze kabel ich auch interessant so haken ist quasi so zum aufhängen dass er da das nicht dann starten macht ich höre schon mal laut ja jetzt machst du einmal forschen zehn ampere aha jetzt da muss man knöpfe drücken erstmal hier der knopf quasi wenn da nichts bringt ja dann ist das quasi elektroden ok ja jetzt hier das ist die quasi weg aber ich kann mir nicht vorstellen wie man mit weg schweißen kann ohne gas interessant und 8 mm draht und läuft nicht schneller wird schneller ja 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 hier ist ungefähre vorschub ja aber er stellt sich automatisch einsatz ja das das wird wir haben jetzt hier quasi 10 10 ampere es wird langsamer jetzt maximal aber der draht muss quasi durch da da kommt der draht da kommt der draht jetzt raus jetzt spüre ich jetzt ist der draht raus super so machen wir jetzt auf alles minimal so jetzt tun wir einstellen ja da ist so feder der die drahtrollen zusammendrückt ja ja auf draht rollen wird es denn da der draht transportiert ja ich nehme so drei finger quasi drückt zusammen und kannst nicht stoppen also zu fest es ist zu fest auf immer noch jetzt ja da knickt wenn es knickt quasi jetzt ist optimale einstellen ok ja also man braucht immer ein seiten aber das ist das ist jetzt erfahrung sache ja ja wie gesagt dass das muss man quasi ausprobieren muss man selber ausprobieren so was fehlt ist noch die zange hier ja genau das ist die masse kabel der geht es jetzt hier rein und wieder drehen so masse so und ich würde sagen ich packe hier mal den helm aus ich werde jetzt schweißen das wird hell bitte nicht nicht in den licht gucken also hier habe ich den helm jetzt ja ich muss jetzt dafür meine brille absetzen guten appetit so wir haben so provisorisch provisorium ja dass man mal zeigen kann was man ja genau das ist jetzt drei millimeter ja da tu ich quasi die stromsteig einstellen drei millimeter ja ist ein bisschen zu viel für diesen gerät ja ich tue jetzt auf maximal einstellen und das ist problematisch da ist tabelle immer hier und nach den tabellen hier ich kann mit 120 ampere maximal 35 prozent schweißen das da nimmt man quasi zehn minuten immer das heißt ich kann mit 120 ampere dreieinhalb minuten schweißen da muss der zehn minuten abkühlen also verbrennen alles ja man darf den gerät nicht auf volle power quasi ausnutzen immer ja jetzt also solltet ihr ja unbedingt sonst hat man quasi ja katusche verbrannte katusche innen drin und ist vorbei ich bin bereit zum schweißen also das sieht doch gut aus kommt schon mal was raus ja muss man ein bisschen vorschub quasi runter ja was stellst du ein ich stelle wieder ich stelle die parameter aber das ist die jetzt gefühlmäßig ja es ist so dass wir jetzt schweißen oberflächlich nur oberflächlich weil der gerät wird drei millimeter nicht durchschweißen also ist maximal für eins bis eineinhalb millimeter stärke weil ja okay für ein paar sachen heften das wird ein paar jahre halten aber für tragende konstruktion ist nicht geeignet eigentlich okay also es ist mehr wenn ihr jetzt im heften und ja ist so bastelsachen ja bastelsachen ja jetzt versuchen wir jetzt richtige schweißnaht zu ziehen das sieht doch schon ganz gut aus ja und jetzt wie ich schon gesagt habe da kommt die schlage ja der hammer ist nichts ja jetzt kein profiwerkzeug nein nicht wirklich da da muss man ersatz sachen da ist blanke stahl hier ist blanke stahl recht ist jetzt quasi so und er wird jetzt keine wurzel haben du hast nicht durchgeschweißt nein nein drei millimeter kriegst du nicht jetzt seht ihr da wo gepunktet ist ja da ist wo gepunktet ist ist jetzt wurzel drin aber jetzt aber im notfall könntest du jetzt von hier aufschweißen ja kann man das würde dann da würde ich jetzt mit elektrode versuchen mit elektrode? ah ja gut können wir gerne machen mit elektrode kriegt man kriegt man besser quasi man wir schalten jetzt aus also er geht nicht mehr aus doch er muss wahrscheinlich lüften ne na ne ne doch er lüftet wahrscheinlich ein bisschen nach jetzt ist er jetzt komplett aus jetzt komplett aus ja muss man ein bisschen warten ja so jetzt machen wir jetzt das hier ab denn steuerung erstmal steuerung so weg jetzt das hier so und die zange ja muss man wieder abkneifen oh ist zu dir so jetzt ab jetzt muss der fülldraht raus sozusagen ja genau da drin ist noch aber ne ich meine auch hier muss er jetzt raus ne ja da muss man jetzt raus weil da kommt jetzt der andere stecker ja ich habe jetzt da drin gelassen ja 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 ich würde vorschlagen man man tut es hier aufmachen vor drehen vor drehen ja hier 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 vor drehen quasi bis da bis der draht weg ist ja und quasi wieder spannen dass da die spule quasi nicht auseinander gehen genau jetzt stecken wir das ein nur vorschlag aber jeder macht wie wie jeder will aha so so jetzt hat man hier ja ich sag ich sag wir drehen wir drehen um damit du das zeigen kannst ja genau das ist jetzt ja j 422 ich hoffe dass es Stahl ist ja ich denke mal ne ja eine von den Regierungen auf jeden Fall da ist was chinesisch drauf aber leider kann ich nicht lesen ähm quasi hier ah ja Plastik erstmal da war Plastik drin ist die immer noch ist geklebt muss man Plastik weg machen sonst kriegt man keinen Kontakt richtigen Kontakt und dann die Elektrode richtig spannen ja da ist extra so eine Führung drin ne ne guck mal ok nicht so wie früher wie ich das hatte haha normalerweise du kannst quasi da positionieren wie du willst ja du hast Führung da ja und kannst positionieren positionieren so oder quasi so aber bei der Zange die haben irgendwie das äh ja gut da können wir sie auch noch zur Not eine andere Zange rauf oder andere Backen rauf äh schrauben wahrscheinlich ne ja da die das kann man ne Backen nicht da muss die ganze Zange auseinander nehmen ja ja da ist jetzt nur nur der Schutz angeschraubt mhm ja ok ist ziemlich ziemlich starke äh 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 Spannung aber es hält 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 ja jetzt wird mehr Spritzer sein ja jetzt muss ich da muss weiter weiter gehen ja so jetzt Elektroden ja zum Zünden muss man berühren auf jeden Fall wie immer mit Elektroden ach so ich habe Spannung Spannung runtergedreht haha so jetzt drei Millimeter äh ja ich würde vorschlagen 80 ach musst du den auch noch umstellen äh das hier ist quasi Spannung ja ach so ja genau da muss man Knopf wieder ja genau jetzt jetzt Elektroden und äh ja drei Millimeter versuchen wir mit 100 Ampere Ampere zu viel geht gut durch elektroden sind was anderes quasi macht man jetzt 60 65 Ampere machen ok ja ist irgendwie ja 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 2 2 2 2,6 ja jetzt geht die schlag denkst du ja kommt probier mal jetzt kommt der neue schweißer zum besuch der der ist besser mit elektroden ja egaler ging wo erging was massas здесь прям прям net war das sieht doch gut aus ja ja klar ja hätte man auch putzen ja genau da muss man schweiß nach ist zu 80 prozent vorbereitung genau aber ihr seht mit einem billig schweißgerät kann man was schweißen elektroden gehen besser um die 100 euro einzig ist dass der der quasi mit fuldraht nur mit fuldraht kannst man ja fuldraht aber nun fuldraht quasi du hast keinen gasanschluss nichts fuldraht und das kann schäden stellen also ja ja also test bestanden ja test bestanden auf jeden fall ja mit elektroden ist er besser ja der kommt dann die 120 ampere quasi ist maximal da kann kann man 3 bis 5 millimeter schweißen ja jetzt fuldraht würde ich sagen bis du bist bis drei millimeter maximal ja oder mehr lag muss man da phase machen und mehr lag ich weiß da war ja kommt kommt jemand vorbei und hilft beim schweißen ja ist optimal ja der schweißer kollege man sieht von weit würde sagen der schweißen hat ja da ist er besser hier habe ich mehr drauf ja wird es halten auf jeden fall da habe ich mit maximale stärke quasi ausprobiert weil ich habe ungefähr ja ich habe 120 erst mal das war zu viel war zu viel ja da bin ich durchgebrannt da sitzt man hier durchbrannt und das hier habe ich quasi jetzt geschweißt mit dem fuldraht mit mit maximale einstellungen ja quasi 100 kann man zur hälfte durch ja genau nicht mal lassen das ist nur oberfläche das nur oberfläche ok aber da kannst du dünnbleche mit schweißen mit dem fülldraht denke ich mal ohne problem ohne problem ich würde sagen bis ein halb millimetern also kannst du auch am auto schweißen damit ja das ist maximal da sind 1,2 das würde eigentlich optimal das ist porsche porsche macht rest ist wirklich unter 0,75 jahre und rest ist quasi dafür optimal beschichtung am auto rumschweißen ist quasi braucht man nichts mehr ja wenn euch das video gefallen hat oder wenn ihr fragen habt schreibt es in die kommentare wir beantworten alles wenn das video gefallen hat hinterlasst daumen hoch übrigens den link zu dem gerät findet ihr in der video beschreibung und auch zu dem helm und ansonsten wenn auch kein abo da ist abo da lassen bis zum nächsten mal ciao